Wüstlich Das sind wir auch Am besten nicht zusammenstehen würde ich sagen Oh, da ist von irgendwas hin Oh, wie die ganzen Sorten schon am heulen sind in dem Fork Hahaha Gucken was der im Nachhinein Das werden wir gleich sehen Bisher nur nicht so viel Alle platzen KORGA Du weißt doch ich mich jetzt nicht Ja Oh, du hast ganz schlechte Quality Stockeritis Hast Fakal denn noch geschafft oder was? Der hängt doch irgendwo fest hier, das ist doch nicht richtig Ne, der ist kein Minutes betreut Ich hab hier irgendwo Der in den Sonnenstrahl Sonnenstrahl Stimmt, wenn der im Sonnenstrahl steht, ne? Dann kriegt der aufs Maul Was? Lass den in den Sonnenstrahl ziehen Los, sag hier Da, da ist er schon wieder Ja Ja, den Sonnenstrahl mach ich Du machst den Sonnenstrahl Was? Ich will auch Sonnenstrahl machen Wir müssen, glaub ich, die Ads machen Lachen wir nicht Werden bauen kann was nicht Da soll ich mit den Ads rumlaufen Und ihr macht denn was? Ne, hier liegt ein Stab um der Untote betäubt Aha Der macht eben diesen Strahl Eiko, wenn wir das irgendwie umhauen Klingt doch super Das klingt doch super Ich hab dich nicht gerätzt Ich lieg selber auf dem Arsch hier Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Quasi, müssen wir die töten oder nicht die Ads? Sollen wir's mal eben machen? Solange die uns hier nicht behindern Ich glaub, wir müssen gehen hier Wo lacht denn dieser Stab? Wir haben gar nichts versehen Äh, da bin ich auch nur drüber gestolpert Weil der mich da hingekickt hat Haha, okay Das macht man einfach was Aber der lag ungefähr hier Okay Ja Boa Auf jeden Fall hält der eine Million Jahre weit aus Ist ja richtig nervig Was f*** denn jetzt steht da, wenn der gerade mit dem Siegern hängt? Prost! Mahlzeit! Scheiß Alkis! Oh ja, ich schnüge gleich raus, wenn ich das hab. Oh, das ist eh gut ausge... Ah, du bekommst einen Banner. Ja. Schrauben! Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Oh ja, ich bin ein paar Jahre alt. Oh ja, ich bin kein Problem... Wir sind jetzt auf Bluchküste, da ist er eine Champion. Ich gehe immer so durch. Für Great Justice! On my mark! Oh! Shake it off! Für Great Justice! Ich kriege ihn ja nicht mal rein, da stimmt ja eh das mal wieder raus. Jetzt. Oh. Oh. Take it off! Time to strike! Check it off! Willst du eine Zeitschleife? Jo! Halt mal raus, damit der stirbt! Wohin? Zu'n Arne am besten! Da, starbte Ausstrahlung aus! So, ich würd' sagen, schnappt euch eine Elten am anderen, sonst... ...kickt nämlich ultra böse! So, ich würd' sagen, schnappt euch die Flasche und die Flasche. So, ich würd' sagen, schnappt euch die Flasche. So, ich würd' sagen, schnappt euch einig!